Es ist das Ende einer Traum-Ehe. Hollywood-Star Gwyneth Paltrow und Coldplay-Frontmann Chris Martin gaben nun ihre Trennung bekannt. Und das nach 10 Jahren Ehe. Diese Nachricht verkündeten die beiden auf Goop, der Lifestyle-Webseite der Schauspielerin. Mit den Herzen voller Trauer haben wir uns dazu entschieden, uns zu trennen. Seit über einem Jahr arbeiten wir, teilweise zusammen, teilweise alleine, daran herauszufinden, was zwischen uns möglich gewesen wäre. Aber wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass auch wenn wir uns immer noch sehr lieben, wir getrennt bleiben werden. Die 41-Jährige und der 37-Jährige hatten 2003 geheiratet. Sie galten lange als absolutes Traumpaar. Doch in letzter Zeit kamen immer wieder Gerüchte um eine Ehekrise auf. Nur selten sah man das Paar gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Die 9-jährige Apple und der 7-jährige Moses. Für ihre Kinder wollen sie aber auch zukünftig gemeinsam da sein.